hallo leute herzlich willkommen zu super mario 64 in minecraft ja ich versuche ab dem heutigen tag jeden tag ein minecraft map video zu bringen und zwischendurch wenn ich den nicht gerade vor produziert habe gibt es natürlich dementsprechend wenn ich am computer bin zusätzliche videos so zu verstehen wie wenn ich zum beispiel im arbeiten bin dass ich genug videos jeden tag daily habe und ich habe mega bock einfach auf minecraft da einfach mich mal ein bisschen auszutoben und ich hoffe ihr seid einfach dabei und deswegen versuche hoffentlich jeden tag ein minecraft map video zu zeigen hochzuladen und die anderen sind dann und top ja wir haben heute hier wir sind ja befinden wir uns heute hier im super mario 64 castle dann den schlosseingang und das geile an der map ist halt einfach dass du er halt auch die verschiedenen ich weiß gar nicht ob die welten betreten kannst du zumindest kannst du dich frei so ein bisschen über teleport hier im castle aufhalten und ins bild kann leider nicht aber das war auch klar ja gucken wir uns mal ein bisschen um würde ich mal sagen klappern war einfach mal so ein bisschen alles ab so ok hier haben wir dann den nächsten raum ich finde das haben sie auf jeden fall gut gemacht hier wäre dann noch eine weitere welt wie geht es denn in den untergrund da gehen wir dann später hin ich werde hier oben erstmal gucken so genau hier geht es zum ersten bowser boss stürzt allerdings nicht ein aber sieht aus wie im original sind ja auch fast diese im pixel anzahl von dem von den jeweiligen spielen ich meine macht keinen großen unterschied ob minecraft oder ob ob super mario 65 hier ist dann die große wendeltreppe werden aber vorne mal hier reingehen genau hier haben wir dann die bilder von peach ja der turm gut denke ich mal gehen wir mal nach oben erstmal bevor wir nach unten gehen erstmal die große wendeltreppe hoch blöde tut 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 oh ja okay sind wir noch mal die verschiedenen welten die wir hier am start haben wir geht es noch weiter hoch wir gucken uns aber hier erstmal so ein bisschen um man erkennt zumindest auch ein bisschen was es für welten sein sollen ganz ganz minimal mit ein bisschen viel vorstellungskraft genau der spiegelraum der spiegelraum geil das ist echt haben wir richtig gut gemacht auf jeden fall wahnsinn wahnsinn so ich denke wir mal ein stück weiter nach oben genau hier ist dann tic tac trauma die uhr am start hier könnte man dann auch noch mal rein wenn man möchte voll cool das gefällt mir kann man hier irgendwie nach unten ne wahrscheinlich nicht gut dann denke ich mal werden wir noch mal in den keller gehen das mit uhr gefällt mir das ist cool das ist wirklich cool so zack einmal nach unten bitte einmal die treppe runter so die unteren ebene sind ja noch mal ein bisschen epischer dann der garten ich hoffe der garten den haben sie auch irgendwie äh nachempfunden ich weiß es nicht ne hier ist abgesperrt schade naja was solls hier geht es wieder raus dann werden wir mal nach unten gehen ich glaube das mit dem garten wäre zu offensichtlich gewesen aber hätte man ruhig mal machen können eigentlich so so ah ja ah ja guck mal jetzt sind wir direkt hier schon beim hasen ich werde aber erst einmal ah ja hier geht es nur wieder richtigen bowser dann werden wir einmal hier entlang gehen denke ich mal genau denn durch den teleport sind wir jetzt hier im untergrund genau genau das sind dann die restlichen level hier läuft dann auch irgendwo der hase rum und die würde es dann noch weiter runter gehen da werden wir gleich hingehen ich will erstmal ich will erstmal ein bisschen gucken was es hier noch so zu sehen gibt hier geht es wahrscheinlich wieder nach oben oder ah ah ne 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 hier ging es ja hier noch einmal in ein weiteres level da kommen erinnerungen wieder hoch äh dann werden wir jetzt aber mal runter gehen n im gelände hier war es haben wir alles soweit gesehen ja mega cool hat mir richtig gut gefallen auf jeden fall hier gab es nichts weiter ne hier haben wir alles gesehen glaube ich oder ja ne hat mir sehr gut gefallen richtig gut äh nachgebaut man erkennt zumindest das was es sein soll ja ich bedanke mich erstmal fürs zusehen leute hier an der stelle und wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten mal wieder ne haut rein ciao und